herzlichen glückwunsch dankeschön ich stelle das mal hier ab 1985 als alles begann damals mit maria magdalena glaubte jeder das könnte doch eine eintagsfliege sein nun gut jetzt nach sieben jahren freue ich mich natürlich wahnsinnig so was hier mit michael zusammen überreicht zu bekommen und möchte mich bei dieser gelegenheit bei meinem publikum und bei meinen fans für die nachfolgenden 18 hits ganz herzlich bedanken als mein projekt enigma so ungefähr zwei jahren auf dem markt erschien habe ich nicht mehr in den künsten träumen gedacht dass es auf der ganzen welt ein so großer erfolg werden wird und deswegen freut mich dieser preis umso mehr dankeschön ich finde es toll wenn man sich so ergänzt sie lieben die stimme für enigma für ein weltweit erfolgreiches projekt der michael hat es eben gesagt und er schreibt auch alle neuen titel für sie auch den allerneuesten jetzt sandra und steig mir steig mir